Herzlich willkommen zum fünften Contura-Tag in Deutschland, unserem neuen Format der lokalen und regionalen Händlertreffen, die wir so in dieser Art und Weise zukünftig wieder regelmäßig etablieren wollen in jährlichen Abständen, um einerseits die Händler zusammenzubringen und andererseits den Austausch mit Contura-Personal auch zu gewährleisten und wir glauben, dass wir dadurch relativ viele Synergieeffekte auf allen Seiten kreieren können. Hi, ich bin der Marc Bollmann von der Firma Ofenbollmann aus dem Harz, Wernigerode, die Ecke, 23 Jahre jung, habe jetzt gerade meinen Handwerksmeister gemacht und heute sind wir bei der Contura-Schulung. Wir sind einfach schon jahrelanger Partner von Contura, sehr zufrieden. Insgesamt schöne Produkte, schöner Tag hier, direkte Zusammenarbeit mit dem Hersteller, persönlicher Austausch mit anderen Kollegen. Tolle Stimmung, tolles Projekt. Der Einladung von Contura bin ich sehr gerne gefolgt. Es ist für mich immer sehr interessant, auf dem neuesten Standpunkt zu sein und der Austausch mit Contura und auch mit den anderen Händlern ist sehr wichtig für ein Unternehmen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Kommen und für den Austausch, den wir jetzt in der Zwischenzeit hatten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir das nächste Jahr nochmal machen können und ebenso eine große Teilnahme haben wie heute. Vielen Dank.